Salvatore Apotheke Remedia Reference Analytics Drei Namen, eine Philosophie. Wirksame Arzneien in Handarbeit herstellen. Ständige Suche nach Neuem, Liebe zu Wissenschaft und Forschung. Dieser Unternehmensgeist basiert auf der Tradition von 250 Jahren Heilkunst. Was Magister Geserholle 1912 begann, setzt heute sein Urenkel Magister Robert Münz fort. Die Salvatore Apotheke verfügt über ein vielseitig ausgebildetes Team. Die Mitarbeiter nehmen sich Zeit für ihre persönliche Situation und beraten sie kompetent. Mittlerweile gilt die Apotheke als Spezialist auf dem Gebiet der Naturheilkunde. Seit mehr als 20 Jahren steht der Name Remedia für individuell produzierte Heilmittel von höchster Qualität. Bei der Salvatore Apotheke und Remedia können sie 5500 homöopathische Arzneien beziehen. Homöopathiker in allen Gewichts- und Potenzstufen. Lantaniden und eine große Auswahl an Nosoden und Tierarzneien. Für Robert Münz ist es Chefsache, für wichtige Arzneien weite Wege in Kauf zu nehmen. Allein elf Expeditionen führten ihn in den tropischen Regenwald. Später werden die gesammelten Gifte, Pflanzen und Mineralien im Labor hinsichtlich ihrer Qualität geprüft. Dafür steht Reference Analytics. Ein junges Team übernimmt die Verantwortung für perfekt abgesicherte Ergebnisse. Hier werden Arzneimittelanalysen erstellt sowie Stabilitätsstudien, frei nach den Erfordernissen ihres Projektes. Jeder gewünschte Zeitraum ist möglich. Reference Analytics bietet außer Wirkstoffanalysen auch Freigabeprüfungen von Arzneien an. Das hochmoderne Labor eröffnet ein breites Spektrum an Analysemethoden. Reference Analytics Remedia Salvator Apotheke Drei Namen Eine Philosophie